Während sich viele noch überlegen, in welches Sommerkleid sie noch investieren wollen, ist die Modebranche schon mitten im Herbst angekommen. Die ersten Prefall-Kollektionen hängen bereits in den Geschäften. Wer sich eines der begehrtesten Stücke der neuen Saison sichern will, muss also bei knapp 30 Grad bei Jacken und Stiefeln zuschlagen. So war innerhalb weniger Stunden das erste Teil aus der lang erwarteten Zusammenarbeit von Kanye Wests Label Yeezy und der US-Modemarke Gap ausverkauft. Diese Woche wurde auf der Gap-Website eine blaue Unisex-Jacke für 200 US-Dollar lanciert. Diese wird zwar erst im Herbst ausgeliefert, dennoch war der Andrang so groß, dass die Vorbestellungsmöglichkeit innerhalb kurzer Zeit ausgelaufen war. Bereits vor einem Jahr wurde die Kooperation des Rappers mit der Modekette bekannt gegeben. Seitdem wird gespannt auf das Ergebnis gewartet. Mit der Jacke, übrigens aus recyceltem Nylon gefertigt, haben Fans nun einen ersten Vorgeschmack auf die Kollektion bekommen. Kanye Wests eigenes Label Yeezy hat in den vergangenen Jahren vor allem an Sneakers kräftig verdient. Bis jetzt ist jedes immer in limitierter Stückzahl lassierte Modell sofort vergriffen und wird häufig für ein Vielfaches auf Verkaufsplattformen wie Ebay angeboten. Mittlerweile können Investoren sogar Anteile an Kanye Wests Schuhen erwerben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017